Wieso komme ich zum Barcamp Rhein-Neckar? Für mich ist das ganz einfach. Ich glaube, Netzwerke sind immer wichtiger oder werden immer wichtiger, vor allem im Vergleich zu Faktenwissen. Wer kennt wen? Was passiert hier? Und den Überblick zu behalten, fällt mir jetzt hier in Heidelberg enorm schwer, weil so viel angeboten wird. Also gehe ich doch gleich auf das Camp, treffe mich mit vielen Leuten und nutze die Möglichkeit, um mitzubekommen, was ist dieses Jahr aktuell, was macht wer. Gerade so in Richtung Film- und Medienbranche, wo einiges passiert. Sei es am DAI, sei es hier hinten. Das Zweite ist, ich möchte einfach mal wieder in den Austausch kommen und diskutieren. Im April ist es, gell? Ich gehe, ich gehe, ich möchte nicht nachdenke, in Richtung Film- und Medienbranche. Und in Richtung Film- und Medienbranche, wir haben – das ist, dass wir hier im Vorgaschen, auf dem ihr mit dem Dosen Film- und Medienbranche gerafft haben. Ich möchte schön, dass wir die Hände abeinander runterkommen. Vielen Dank.